Guten Tag, du altes Mütterchen. Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt? Entschuldigung. Entschuldigung. Kannst du annehmen, Paket für König. Dankeschön. Verdammt doch mal! Müsst ihr ausgerechnet hier so einen Krach machen? Wie bitte soll man seinen Job erledigen und 100 Jahre lang schlafen, wenn ständig irgendjemand Krach macht? Willst du mal auf reyнем? Ach, wie bitte soll man sein? Herr Haus! Herr Stofft! Herr Stofft! Vielen Dank.